Hast du einer jungen Dame schon mal eine Blume geschenkt? Nein, ich mag jetzt Federn lieber. Hm, das Leben wird immer spannender. Erst Blumen, dann Federn. Federn sind besser. Warum? Weil man damit fliegen kann. Kapiert. Aber flieg jetzt bitte nicht weg. So, Damen und Herren, wir kommen zurück. Hm, kleines Problem hier. Wie kommen wir da rüber? Ja, sehen wir da unten nach. Genau. Lass mal gucken. Voller Würmer. Nicht zu nah ran. Die Brücke sieht ziemlich brüchig aus. Bringen wir sie zum Einsturz. An der Stange ist ein Seil und ein Haken. Ach da. Okay. Okay, äh. Vielleicht mit der Armbrust? Ja. Wird es funktionieren? Hoffentlich. Oh. Tja, hat geklappt. Okay, das ist cool. Na, das nenne ich ein Geschenk des Himmels. Hält das? Solange du nicht springst. Das ist cool mit dem Anker, mit dem Anker, Anker Punkt 10. Oh Gott, schwierig. Dieser Ausblick. Wirklich schön. Richtig geil. Hörst du schon das Meer? Noch nicht. Aber das kommt noch. Aber du gehst jetzt nicht, oder? Nein. Erst wenn ich mit deiner Schwester quitt bin. Was? Hat sie nichts gesagt? Sie hat mir das Leben gerettet. Oh, naja. Ja, zum Glück. Oh ja. Ich auch. Das Wasser ist voll schön gemacht. Finde ich. Okay, ähm. Gut, die Festung haben wir. Jetzt müssen wir die Festung nur noch erreichen. Oh, fuck. Er ist festgekettet. Wir müssen zurück. Nein, wir müssen zu dieser Kapelle. Amicia, wir haben hier einen Toten. Wir bleiben vorsichtig. Das müssen wir. Gehen wir. Oh Mann, ey. Ja, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Okay, let's go. Oh Mann, ey. Genug Geld für den Kumpel. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Was? Fast zur Helle. Er ist über uns. Ach, der Dreck sagt hier nicht still. Wir müssen denen echt Disziplin beibringen. Wer ist das? Weiß nicht. Bleib unten. Da sind noch mehr. Okay, aber wo? Also ich weiß jetzt nicht, ob die uns sehen können. Eine hab ich. Die anderen sind entkommen. Scheiße. Haltet Wache, falls sie zurückkommen, um den Rest zu befreien. Ich bring die hier zurück. Verstanden. Die anderen? Lass los, du Schwein. Oh, mach ich. Bald. Ich will Ruhe. Tötet alle Eindringlinge. Mist, wer sind die? Sieht mir schwer nach Sklavenhändlern aus. Sklavenhändler? Sie fangen Menschen. Und verkaufen sie wie Tiere. Wirklich? Das hält uns nicht auf. Okay, warte mal. Ist das ein Ankerpunkt hier? Oh, fuck. Oh. Alter. Du Schwein. Mist, Kerl. Alter. Okay, let's go. Lass mal gucken. Ja, ich bin hier. Geht's dir gut? Ja, aber die meinen es ernst. Verschwenden wir keine Zeit. Verdammt. Ich hoffe, Milo hat recht. Wir haben genug Männer verloren. Wird schon gut gehen. Bisher konnten wir ihm trauen. Ähm. Ja. Ah, okay. Das können wir wieder machen. Hier ist garantiert nichts. Warte mal. Warte mal. Die Ratten sind nicht hier, Amysia. Ach, komm schon. Nein. Dein Prisma wäre hilfreich, Sophia. Das brennt schnell. Hinter all dem stecken die Oh no Können wir dem? Ihr seid doch noch hier Ich finde euch Verdammt Was? Ich seh zum ersten Mal Ich hasse sogar zwei Aber ich weiß Und ich will es nicht hören, Sophia Na gut Du, was getan werden muss Ich bin sehr gespannt, was jetzt Alter Alter Ähm Alter, die brennen wie Hullefutz Was ist los bei denen da Das sind ganz schön viele Das zahle ich deine Mörder heim Das sind ganz schön viele Oh fuck Oh fuck Ach shit Wir haben einmal Salpeter Komm schon Komm schon Sie kommen Sie kommen Das ist gut Okay Okay, was jetzt Danke Was ist das für ein Ort Zumindest nicht ihr Versteck Würde ich sagen Das muss aber ganz in der Nähe sein Okay 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 Kann ich damit irgendwas machen? Na ich mal hier Und hier Sehr geil Pfeile Pfeile wären jetzt nice Alter Pfeile Pfeile wieder mitnehmen Okay Okay Was geht hier? Lalalalalala Das kann ich wo ich hier bin Ich weiß gar nicht wo ich hier bin Ah okay Dankeschön Ach da geht's weiter Okay Okay Dann geht's hier weiter Lass mal gucken Ich glaube da muss ich lang Cool Komm schon Sie haben uns gesehen Sie haben uns gesehen Hier sind Eingringlinge Los Ich fange Schauen wir mal Komm schon Okay Okay Da kann man nicht rein Ach Sie kommen Da unten sind sie Ich schnapp sie näher Ja Das war es doch schon wieder Oder Ich halte Kommt her Was jetzt Samisia Keine Ahnung Hier Sie verstecken sich im Gras Ja Okay Haben sie sich jetzt wieder beruhigt Ich hab sie mir Ich habe sie mir Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Okay. Okay. Ich habe jetzt nur noch ein. Ah, da muss ich rein. Nein, 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 nein. Ich bin nicht mehr gesehen. Da! Da! Oh! 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 Okay, der oben irgendwo, ne? Okay, wir müssen hier hoch, glaube ich. Okay, let's go. Cool. Yeah, weg zurück. Oh, ich hoffe, er nicht zu laut ist. Gehen wir, bevor mehr kommen. Ja. Hier geht's runter. Alles klar. Na, komm schon. Nice. Holy moly. Holy moly. Okay. Aber wir machen in der nächsten Folge weiter. Danke fürs dabei sein. Macht's gut. Ciao, ciao.